Yo Leute, was geht da? Mehr besonderes Backup Start mit einem neuen Video für euch. Und heute habe ich die Top 5 Waffen für den Multiplayer für euch. Denn momentan macht mir der Multiplayer wieder extrem viel Spaß. Und ich dachte dann, komm, zeig mal deine besten Waffen. Das haben mich schon ein paar Leute danach gefragt im Stream. Und falls ihr mal ein paar geile Gameplays aus dem Stream sehen wollt, checkt auf jeden Fall mal meinen Zweitkanal, meinen Highlightkanal ab. Der ist einfach nur Maybe, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da habe ich ein sehr geiles Gameplay erspielt, die Pizza Nuke mit der neuen OTS. Schaut gerne mal vorbei. Aber jetzt starten wir erstmal mit den Top 5 Waffen. Und auf dem fünften Platz habe ich die KSP. Wahrscheinlich haben nicht viele Leute die Waffe auf dem Schirm. Aber diese Waffe ist extrem stark. Also wirklich extrem, extrem stark. Nochmal zu meiner Klasse allgemein. Ich spiele immer die AMP als Secondary. Feuerdämpfer, Zugrifflauf, SWAT Laser, 25er Magazin und zweihändig ist für mich die absolut beste Zweitwaffe in dem Game. Dann Stim, C4, Störer, Bitterschutz, Taktikmaske, Attentäter, Plünderer, Ninja und Spionage. Ich spiele nämlich immer auf Nuke. Und deswegen spiele ich halt immer mit 6 Perks. Das ist für mich viel angenehmer. Aber jetzt zu der KSP. Und hier habe ich auch den Feuerdämpfer. Der ist wesentlich besser als der Agency, weil wir einfach weniger Schadensreichweite Verlust haben. Und ich bin jemand, ich spiele immer mit einem Feuerdämpfer. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr keinen Feuerdämpfer mögt, könnt ihr am besten hier was, was den Rückstoß ausgleicht nehmen. Aber ich brauche den Feuerdämpfer. Ich muss Stealth sein. Und deswegen für mich gibt es da keine andere Option. Dann beim Lauf unbedingt den Sonderkommando. Die Waffe verzieht dann zwar ordentlich, aber dafür ist sie extrem stark. Und vor allem im Nahkampf one-burstet ihr dann gefühlt alles und jeden. Und dann haben wir noch den Feldagenten-Vordergriff, damit wir den Rückstoß ein bisschen ausgleichen können. Und zu guter Letzt das letzte Magazin. Immer das beste, schnellste und am meisten Schuss im Magazin. Und dann nehme ich noch gerne den letzten Handgriff, damit ihr einfach schnell in den Scope reinkommt. Und ein bisschen Zuckungsresistenz ist auch noch ganz gut. Und damit haben wir die beste KSP-Klasse. Extrem geil. Probiert die Waffe mal aus. Die ist wirklich extrem geil. Ist auf jeden Fall für mittlere und Close-Range geeignet. Und dann würde ich sagen, starten wir mit der nächsten Waffe. Und da haben wir dann auch die AK-47. Wirklich sehr geiles Teil. Hier habe ich auch wieder genau die gleiche Klasse. Fünf Aufsätze. Ich persönlich spiele immer gerne mit dem Microflex. Bei der AK natürlich kann man die auch ohne spielen. Wenn ihr die ohne spielt, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal einen Aufsatz mehr. Aber ich mag es bei der AK mit dem Milestop, weil sie dann einfach gefühlt gar nicht verzieht. Hier habe ich wieder den Schalldämpfer. Der ist seit dem neuesten Update wesentlich besser als der Mündungsfeuerdämpfer, weil ihr hier noch mal weniger Schadensreichweite und Projektilbescheuniger, also weniger geht runter bei dem anderen, bei dem Mündungsfeuerdämpfer. Bei dem Mündungsfeuerdämpfer habt ihr da viel mehr Abfall. Und dafür habt ihr dann nur sechs Prozent vertikalen Rückstoßkontrolle, der hochgeht. Das ist absolut Trash. Nehmt auf jeden Fall den Schalldämpfer. Dann als nächstes den Vordergriff, weil hier der Spätzennassgriff, den hätte man eigentlich nehmen sollen. Der wurde auch verändert, dass ihr eigentlich nur 18 Prozent, ihr habt da einfach nur drei Prozent mehr horizontale Rückstoßkontrolle. Dafür habt ihr 26 Prozent weniger Bewegungstempo, was extrem, extrem belastend ist. Deswegen nehmt auf jeden Fall den Vordergriff. Und dann als nächstes wieder das größte Magazin. Ich nehme immer das größte Magazin. Ihr könnt natürlich auch das hier noch nehmen. Das wäre die zweite Wahl. Aber diese Zieldauer ist jetzt nicht so problematisch. Ich brauche viel Munition, weil ich damit immer viele Gegner killen möchte. Und vor allem schnell nachladen ist halt das verdammt geil, mit dem Magazin zu zocken. Und dann zu guter Letzt wieder den Handgriff. Der ist einfach der Beste von den Handgriffen. Ihr könnt natürlich auch einen dieser Schaftschäfte nehmen, wie auch immer man das nennen mag, wenn ihr dann kein Visier drauf habt. Aber ich persönlich spiele die Waffe immer gerne so. Man ist zwar ein bisschen nicht so beweglich, aber dafür hat man eine sehr präzise Waffe. Auf jeden Fall sehr, sehr geile Waffe. Und dann machen wir weiter mit der dritten Klasse. Und hier haben wir die Bullfrog. Und absolut geil. Die ist absolut geil. Wieder hier Feuerdämpfer. Hier muss ich euch das nicht erklären. Ist genau das gleiche wie vorher, warum man den Feuerdämpfer nimmt, anstatt den letzten Schalldämpfer hier. Als nächstes habe ich dann beim Unterlauf auch wieder den Spätz Nass. Ihr könntet ihr theoretisch auch den Vordergriff nehmen, wenn ihr ein bisschen mehr Bewegungstempo haben wollt. Ich persönlich finde es jetzt nicht so schlimm, so viel Bewegungstempo zu verlieren, weil ich dann ein bisschen besser aimen kann, habe ich das Gefühl. Deswegen nehme ich auch den Griff hier. Und dann habe ich wieder das größte Magazin. Und bei der Waffe ist das extrem geil mit 85 Schuss. Da kannst du so viele Gegner mit holen und so geile Feeds machen, vor allem im Hardcore. Da spiele ich die Waffe auch sehr, sehr gerne. Und dann habe ich wieder die Plastik-Umwicklung, um es schnell rein zu zielen oder es rein zu scopen. Und zu guter Letzt habe ich hier auch noch mal den letzten Schaft, weil bei der Waffe ist der Lauf zum Beispiel, der letzte Lauf, den ich sonst bei den MPs nehmen würde, nicht wirklich besonderlich gut. 3% mehr Schaden ist es mir nicht wert, dass ich hier auf den Schaft dann verzichte. Deswegen nehme ich hier lieber den letzten Schaft noch dazu. Als nächstes haben wir dann die XM4 und die Waffe hat es mir mittlerweile echt angetan, weil das Ironside wurde ein bisschen gepatcht. Das sieht jetzt wesentlich besser aus. Und hier haben wir dann auch wieder den Schalldämpfer, den Lauf, den Sonderkommandolauf. Hier hat die ganze Waffe noch mal 7% mehr Schaden, was extrem viel ist. Als nächstes habe ich beim Unterlauf dann den Vordergriff, weil der Feldergrenzengriff, das ist mir dann doch zu wenig. Natürlich vertikaler und horizontaler Rückstoß mehr anstatt halt beim Vordergriff. Da hast du 15%, hier hast du 17 und 3. Das ist mir nicht wert, da 26% zu verlieren. Das ist ja immer Geschmackssache, würde ich sagen. Aber bei der Waffe spiele ich dann lieber nur den Vordergriff und habe dann wieder das größte Magazin. Das habe ich eigentlich bei jeder Waffe. Und zu guter Letzt dann wieder den Handgriff. Und damit ist das Ding absolut geil. Also die XM4, damit habe ich auch jetzt vor kurzem noch eine Nuke erspielt. Könnt ihr euch gerne auch auf dem Maybe-Kanal anschauen. Und macht auf jeden Fall sehr Bock, das Teil. Und jetzt kommen wir zum Platz Nummer 1. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Das ist die LC10. Das ist wirklich die absolut overpoweredste Waffe in dem Spiel. Ihr werdet sie wahrscheinlich schon oft genug gesehen haben, dass jeder Spieler spielt sie und man fuckt sich nur drüber ab. Aber es ist halt die stärkste Waffe im Game. Und hier haben wir auch wieder einen Feuerdämpfer. Es lauft den Sonderkommando, weil 7% mehr Schaden und halt schadensreichweite Projektilbeschleunigung macht das Ding absolut overpowered. Es ist zwar dann ein bisschen unpräziser, aber die Waffe ist ja schon an sich sehr präzise. Und deswegen jedenfalls Sonderkommando lauft. Als nächstes dann den Feldagentengriff. Ihr könntet ihr theoretisch auch den Vordergriff nur spielen, aber ich nehme dann doch lieber den Feldagentengriff und habe dann hier noch das letzte Magazin. Wieder schnellste Magazin und vielleicht nicht das größte, aber die größte ist für mich in Ordnung. 50 Schuss will ich in meinem Magazin haben. Und zu guter Letzt habe ich bei der Waffe dann den letzten Schaft, weil man dann hier nochmal mehr Lauftempo beim Zielen hat. Und man kann hier natürlich den noch nehmen. Man kann aber auch den Luft- und Lastikum-Weltung nehmen. Ich nehme aber bei der Waffe am liebsten den letzten, den Plünderer Schaft. Damit geht das Ding absolut ab und macht einfach unglaublich viel Spaß, damit auf Nukes zu gehen. Und vor allem auch 12 gegen 12 mit der Waffe macht so viel Spaß. Oder auf Nuketown. Deswegen kann ich es keinem Übel nehmen, wer mit dieser Waffe die ganze Zeit zockt. Ist halt wirklich die stärkste Waffe im Game. Ja Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen und konnte euch vielleicht ein paar mehr Waffen-Ideen geben, welche Aufsätze ihr nehmen könnt. Lasst mir gerne ein Like und ein Kommentar da, falls es euch gefallen hat. Haut rein, bis zum nächsten Mal.